Norddeutscher Rundfunk 2021 Steig ein. Wo fahren wir hin? Wir besuchen Mussas Familie. Mussa ist seit ein paar Tagen verschwunden. Er hat mich sein Bewährungshelfer angerufen, dann sein Onkel. Kein Mensch weiß, wo er ist. Er hat mich gebeten, bei ihm vorbeizukommen. Er hat nach dir gefragt. Said, Afsari, Mussas Onkel. Er will dich sprechen. Warum will er dich sprechen? Keine Ahnung. Er hat mich gebeten. Er hat mich gebeten. Er hat mich gebeten. Ich habe dich verstanden. Ich habe mich gebeten. Ich habe mich gebeten. Ich habe zu Hause. Ich habe mich gebeten. Mein Zohn. Baran. Mein Bruder Hadi ist heute Morgen mit seiner Familie angekommen. Wir sind alle in großer Sorgen. Roland, du bist immer in der Familie. Ich bin in der Familie. Roland ist ein Freund der Familie, wird uns helfen, Musa zu finden. Ich tue, was ich kann. Die Polizei hat Musas Auto gefunden, auf einem Parkplatz in Raunheim. Keine Spur von ihm. Musa ist kein einfacher Junge, vieles erzählt er uns nicht. Er hat seinen eigenen Kopf. Wo ist mein Sohn? Bitte, wo ist mein Sohn? Ich spreche mit der ganzen Stadt, aber keiner weiß etwas. Selbst Baran hat er nichts gesagt. Die beiden sind wie Brüder. Wir finden unseren Sohn. Wir finden unseren Sohn. Wir finden unseren Sohn. Wir finden unseren Sohn. Wir haben unseren Sohn. Wir finden unseren Sohn. Wir finden unseren Sohn. Wir finden unseren Sohn. Warum haben Sie mit meinem Neffen in der Spielothek gesprochen? Warum war er so wütend? Ich habe ihm nur gesagt, dass er sich an die Regeln halten soll. Schon allein wegen seiner Bewährung. Ich glaube, das hat ihn wütend gemacht. Hast du Musa danach nochmal gesprochen? Nein. Nein. Nein.